1, 2, 3, yo, was geht Leute, willkommen zu einer neuen Folge Peak, zusammen mit Laza, let's go, Uhu, what up, und mir, mein Name ist Nick, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen tollen Sonntag, wenn Sie dies hören und hoffe, Sie machen es sich gemütlich, denn es folgt eine weitere schöne Folge Peak, habe ich das schön gesagt, Jungs, check it up, die Leute fragen sich jetzt, was hat Uhu jetzt auf einmal, das ist so ein bisschen nach der letzten Folge passiert, als wir unsere Peak Shirts für die Leipziger Buchmesse gemacht haben, da hat Uhu so ein bisschen den aktiven Part übernommen, zu sagen, hey, ich gehe auf die Seite, ich versuche irgendwie ein T-Shirt zu finden und so, ich habe so ein bisschen die kreative Seite übernommen, habe gesagt, guck mal, mach das mal dahin, mach das mal so, und Laza saß da wirklich wie ein NPC, der nichts dazu zu sagen hat, und alles, was er gesagt hat, ist, als Uhu gesagt hat, ich check das mal ab, einfach so aus dem großen Off, check it up, und seitdem, genau in dem Ton, ich wünschte, es wäre doch auf Aufnahme gewesen, das ist so eine Situationskomite, das werdet ihr in Zukunft bei Nico mir sehr oft hören, das wir das so sagen, weil das ist einfach, ich sage es euch, wir haben da eine halbe Stunde gesessen, nur Nico und ich haben geredet, Laza hat wieder diesen Blick gehabt, wo er seinen Split durchgeht, und wo er einfach nicht mit uns redet, und dann habe ich gesagt, Laza, es wäre schön, wenn du jetzt auch mal aufpasst, weil das betrifft dich ja auch, dieses T-Shirt, und dann hat er immer so auf Alibi-Messi, hat er so eine Minute durchgezogen, so, ja, ja, und dann sage ich so, ja, ich check das jetzt ab, und dann kommt, check it up, so richtig, du hast es richtig gemerkt, er hat gerade einfach nur so AFK-Mode angemacht, also, erstens, ich habe auch was gemacht, das war meine Idee mit dem Ding auf dem Rücken, oder nicht? Den Punkt lasse ich dir. Dankeschön, und, ja, die Zuschauer können sich ja ausmalen, wie lustig das für euch beide war, dass ihr jetzt in der nächsten Folge nachträglich den Witz noch erklärt. Eine Woche später. Eine Woche später. Oh mein Gott, das ist, also, den Witz musste man erklären, weil der wird oft passieren, so, dann, ähm, möchte ich noch kurz sagen, damit sich keiner wundert, es wird wieder eine sehr zivilisierte Folge, denn ich habe mir das neue Animal Crossing Lego besorgt, und das werde ich jetzt gleich bauen. Ey, du kannst das sogar ja auch noch reviewen am Ende, weil, ähm, das ist ja brandneu, Kappa, ey, dieser Kappa ist so geil, ne? Ich liebe ja Huschke, das ist mein Lieblingsbewohner schon seit Ewigkeiten, deswegen mussten die, die waren auch schlau, die haben nur so Bewohner, die die Favoriten von jedem sind reingemacht, so diese, diese, diesen roten Hasen, dann Huschke, so, alles so Bewohner, die jeder liebt. Du wusstest aber, dass Kappa so eine japanische Legende ist, der immer Kinder entführt und so? Ken. Das ist, was? Nein, 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 ich distanziere mich davon, Kinder zu entführen an dieser Stelle, dass ich das Wort sagen muss. Aber, ja. Apropos Kinder, ähm, eigentlich kann jetzt nur was Falsches kommen, aber, äh, ich war letztens im Stream und da habe ich ein Songbattle gemacht und da kam Lazars Lieblingsband, ähm, als Song und jeder in meinem Chat hat Lazars, Lazars reingespampt, ne? Ey, ich bin sauer, dass du mich nicht gerufen hast, Mann. Und ich habe mir dann dieses Musikvideo reingezogen, wie heißen sie nochmal? Die, 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 Twice. Twice, genau, die Girlband. Und ich dachte wirklich so, die sehen alle ein bisschen aus wie so Kinder. Das ist, das ist so ein harter Cap, Digga. Das Lustige ist, du hättest die Überleitung so geil nutzen können für das heutige Folgenthema und sagen können, als Kinder haben wir diese Manga und Anime konsumiert. Aber nein, du gehst in die Richtung Lazars zu fronten, was ich appreciate. Ähm, das, aber. Das ist alles, ganz, ey, stopp, das sind alles ausgewachsene, wunderschöne Damen mit viel Talent, die ich mag. Ich würde sagen, wir nennen die Folge, lasst uns über Kinder reden. Und da hätte ich jetzt erstmal die erste Frage an euch. Wollt ihr in eurem Leben eigene Kinder haben? Also, durch euch produzierte Kinder. Oh, ja? Ja. Du hast ja quasi, das wissen ja auch die meisten schon, du hast ja schon quasi eine Tochter, die aber nicht von dir, ähm, blutig, wie nennt man? Produziert. Produziert. Die du nicht gebaut hast, aber deine Frau, so, ne? Ja, ja. Ähm, aber dir ist es trotzdem noch, ähm, dir liegt es trotzdem noch was da dran, eventuell auch nochmal selber deine Genetik weiterzugeben. Also, also auf jeden Fall auch die Welt nochmal zusätzlich mit meinen Genen zu belasten. Ja. Ähm, Laza, wie sieht's bei dir aus? Auch, I guess, ja, klar, gern nicht, warum nicht? Wie sieht's bei dir aus? Ähm, actually war's immer so ein Ding, wo ich gesagt hab, yo, auf jeden Fall, safe. Ähm, mittlerweile sag ich, ist mir eigentlich relativ so, wie es dann eben kommt. Also, ich, 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 ich hab da gar nicht so eine grobe Vorstellung von. Es ist natürlich immer sehr schön, das zu haben und das weiterzugeben, ähm, aber muss ich echt, ey, ich bin mir so vielen Sachen irgendwie unsicher und bewusst darüber, was ich halt alles damit in die Welt setze und, ähm, wie die Welt auch so weiterhin funktioniert und so. Also, ich bin mir da echt unsicher. Also, einfach unsicher. Ja, for real. Also, ich glaub auch, umso weiter es geht, also, das hab ich so beobachtet, bei mir, umso älter ich werd und umso mehr ich in der Welt aware bin, was so abgeht, umso unsicherer ist diese Entscheidung bei mir, aber, ähm. Das stimmt einerseits, aber man muss sich auch überlegen, ich mein, war's denn früher wirklich besser, jetzt rückblickend vielleicht, ähm, in gewissen Situationen, aber es gab auch Situationen, wie. Aber früher brauchst du Kinder, die für dich arbeiten, ne? I guess, aber ich mein halt damit, bro, früher gab's Sachen wie Zweiter Weltkrieg, Kuba-Krise, Kalter Krieg und so. Okay, so weit früher war ich halt jetzt nicht, ich war jetzt so früher. Ja, aber ich mein, das sind doch auch, würde man sagen, schwerere Zeiten als jetzt, oder nicht? Da hast du recht. Ja. Es ist immer schwierig, es ist immer, was man halt als Generation gerade wahrnimmt. Und, ähm, bevor wir aber in diese ganzen Themen reingehen, Leute, und, äh, unsere Moves machen, wie wir sie machen, nämlich sehr lustig und sympathisch, würde ich gerne, äh, mich ein bisschen zu Kritik, die wir gekriegt haben, letzte Folge äußern. Ja. Oh, was ist das? Ähm. Du weißt das, Laza. Weil, du weißt es doch. Er tut, er tut so knulles wieder, dass es ganz ist krank. Er tut wieder so, Junge, in der, in der, in der, in der WhatsApp gucken. Was? Okay, also, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, ähm. Ach so. Oh, oh. Akira Toriyama ist von uns gegangen. Ja. Ja, und, äh, es kam für viele sehr seltsam rüber, dass die letzte Folge nicht Akira Toriyama zum Thema hatte, dass wir gar nicht über das Thema geredet haben, sondern Inyo Asano. Ähm, was jetzt natürlich viele von euch nicht wissen. Ja, ich muss jetzt das Offensichtliche erklären. Ähm, wir haben einen festen Aufnahmetag. Der ist, wenn wir es schaffen, meistens in 80 Prozent der Fälle Mittwoch. Ja. Und diese News kamen, glaube ich, am Freitag oder am Samstag. Und, äh, das hat uns alle sehr getroffen. Wir haben alle, äh, äh, oder ich weiß gar nicht, ob nie was gesagt hat. Ähm, aber muss man auch, man muss das nicht immer in die Öffentlichkeit tragen, alles. Aber sowohl Asals, auch ich haben, glaube ich, das hat sich auch ein paar Tage Zeit gelassen. Und ich hab, äh, relativ schnell auf Social Media alles dazu gesagt. Und dann hatte ich nicht mehr das Gefühl, noch ein Video extra machen zu müssen. Ähm, sowohl unter unserer letzten Podcast-Folge, als auch unter meiner Alice in Borderland Review, die gekommen ist, stand auch, äh, voll oft, warum kein Akira Toriyama-Video. Und ich würde sagen, wir nutzen jetzt einfach mal kurz, äh, diese anfänglichen Minuten, um zu erklären, dass natürlich, also, ich fühl mich ein bisschen dumm, damit noch was dazu zu erklären. Weil, Leute, welcher Anime-Manga-Podcast in Deutschland hat so viel über Dragon Ball geredet, wie wir die letzten zwei Monate? Welcher deutsche Anime-Creator redet so viel über Dragon Ball, als, äh, wie Lazar zum Beispiel? Richtig. Ähm, äh, und mal davon abgesehen, wie krank war dieses Timing eigentlich alles? Wir, ich hab ja am Anfang des Jahres, hab ich ja Dragon Ball gelesen. Ähm, Oru hat dann richtig angefangen, noch mal richtig in Dragon Ball reinzugehen, die ganzen Spiele sich auch zu holen, die Spiele zu zocken. Also, äh, wenn jemand, ja, wirklich ein Dragon Ball-Fenster... Ich hab mein erstes Dragon Ball-YouTube-Video gedroppt. Ja, richtig, das auch, das auch. Die Goku-Analyse. Die Goku-Analyse. Und, äh, wir haben eine lange, große Dragon Ball-Folge aufgenommen. Und das ist nicht mal, ich glaub, nicht mal ein Monat her. So, vielleicht gerade ein Monat. Und, ähm, es sollte klar sein, dass wir Dragon Ball als Werk und Akira Toriyama als Künstler unfassbar doll feiern. Ich hab zu, äh, Weihnachten hab ich das Dragon Ball, ähm, Artbook von Lazar bekommen. Also, das waren alles so Sachen. Wir haben gewichtelt und wir haben über die Kunst geredet. Und das war schon immer bekannt, dass wir das Werk und, äh, den Künstler dahinter so sehr feiern. Ähm, deswegen natürlich... Ich glaube, das ist das, worüber wir dieses Jahr am meisten geredet haben, mit Abstand. Ja. Und das wird auch noch nicht aufhören. Entschuldigung. Nee, das ist auch nicht schlimm, weil das war ja gut, das war ja schön für uns alle. Der Punkt ist nur, ähm, es ist schon sehr absurd, uns da jetzt vorzuwerfen, keine Stellung zu beziehen, weil es einfach zeitlich nicht reingepasst hat. Zum einen haben wir Stellung dazu bezogen, wir alle. Ja, nur halt nicht im Podcast. Nur halt jetzt nicht spezifisch in der Podcast-Folge. Wir sind nicht in den Upload reingegrätscht, nochmal haben uns zusammengerauft, um noch eine Folge rauszuquetschen. Dazwischen, ähm, aber ich finde, wir haben uns alle ausgiebig dazu positioniert und irgendwann ist die Grenze auch da, wo man sich denkt, hey, soll man das noch thematisieren oder wann beginnt die Ausschlachtung des Themas an? Äh, richtig. Und vor allen Dingen... Wir würden diese Folge jetzt nennen, äh, Akira Toriyama ist von uns gegangen. Jetzt nochmal, eine Woche später. Wo jeder schon, so weißt du, es reicht halt auch irgendwann mal. Das ist als Zuschauer immer ein bisschen schwierig zu checken, äh, weil, ähm, man immer nur drauf achtet, so, okay, wie viel Loyalität, wie viel Liebe zeigt er jetzt im Gegensatz, also für den Tod halt, ne, weil dadurch werden irgendwie mir die Emotionen, äh, gezeigt. Aber ihr müsst euch mal das Bild eines Creators vorstellen, der von diesem Tod hört und sein erster Gedanke ist, ich muss dazu was öffentlich sagen. Ich muss dazu ein Video aufnehmen, ich muss das jetzt in der Podcast-Folge aufnehmen. Also wir hätten, nein, hätten wir nicht, aber theoretisch wäre es möglich gewesen, dass wir am Freitag bei der News oder am Samstag war es, glaube ich, äh, wir hätten uns sofort hinsetzen können, hätten uns gesagt, hey, lass die Inyo-Sano-Folge einfach eine Woche drauf droppen und aus Aktualitätsgründen jetzt über Akira Toriyama reden. Aber ganz im Ernst, ich könnte damit nicht fein mit mir sein. Also das ist nicht irgendwas, wohinter ich stehen möchte, das ist nicht die Ausschlachtung von des Todes, den ich machen möchte und, ähm, da bashe ich auch gegen kein explizit, das ist einfach ein allgemeines Ding, dass ich finde, man muss halt auch irgendwo den Respekt wahren, ähm, damit kann jeder anders umgehen, so, jeder für sich selbst, äh, aber unsere, uns dreien war's klar, wir müssen da nicht öffentlich ein Video zu machen und diesen Tod ausschlachten, auf gar keinen Fall. Also nicht nur, nicht nur nicht müssen, die ersten drei Tage wollte ich gar nicht drüber reden, also ich hab auch tausend Nachrichten bekommen, sag was dazu und so und das verstehe ich auch, aber ich hab halt erst drüber sprechen wollen, als ich bereit dazu war und das hat halt ein paar Tage gedauert, so. Der Vorteil, ähm, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, sag, sag noch gerne weiter. Ich wollte nur noch sagen, gerade wir, wie du schon vorhin ausgeführt hast und Kevin, wir reden so oft darüber, also, ähm, es gibt Milliarden andere, die kein Wort je über Toriyama, Dragon Ball oder irgendwas verloren und jetzt auf einmal sind sie alle da. Viele Worte und das möchte ich jetzt nämlich auch nochmal sagen, weil der Punkt ist, äh, da sind Nico und ich, äh, bisschen, ähm, ja, könnte man jetzt sagen, wir sind ein bisschen, äh, emotional in den Kommentaren oder dergleichen geworden, der Punkt ist aber der, äh, das, Lazar macht das seit zwei Jahren oder so und ich mach das auch jetzt schon seit Monaten und wir haben im Podcast sehr viel, wir mussten so viel mit Leuten diskutieren. Ja. Darüber, wie geil Dragon Ball ist und mussten es ständig verteidigen gefühlt. Gegen One Piece, gegen Naruto, gegen irgendwelche Cap-Takes und jetzt kommen Leute an und sagen, schon immer ein Meisterwerk gewesen, das beste Mangel, bla, 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 bla. Weil du denkst, Digga, jetzt redet jeder nach dem Mund von der Person. Richtig, richtig. Und dann wollten sie noch, so weißt du, einen Monat vorher drüber diskutieren, was das für eine Cap-Aussage ist und das nervt mich. Und da gibt es halt wirklich Creator da draußen, die haben Toriyama nie so wertgeschätzt oder wirklich nie diese, äh, Liebe. Und die Aufmerksamkeit gezeigt, Gegenteil, sogar noch runtergeredet teilweise. Und nun sind da schon drei TikToks, ein YouTube-Video, eine Folge, alles live, ähm, wo halt nur darüber geredet ist, was für ein Goater ist. Und, ähm, das find ich heuchlerisch, ähm, das kann natürlich jeder Zuschauer für sich selbst sehen, aber das ist einfach kein Rücken haben, so, ganz im Ernst. An der Stelle will ich aber auch sagen, so, ähm, nicht jeder Creator, der sich erst jetzt zu Toriyama äußert, ist automatisch klickgeil oder so. Viele hatten's halt einfach nicht auf dem Schirm und so und das ist halt eine große Nachricht. Beschäftigen sich auch erst seit dieser Nachricht wieder damit und entdecken es neu für sich oder so, es gibt ja alles. Also, ich finde vor allen Dingen, ja, es ist halt einfach weird, es vorher die ganze Zeit zu bashen. Das find ich einfach weird. Ja, das haben viele gemacht. Wenn du vorher gar nichts dazu gemacht hast, okay, aber wenn du die ganze Zeit gebasht hast und dann jetzt, das ist einfach seltsam. Also, jetzt drehen wir mal den Spieß um, ich finde sogar, es spricht eher, ähm, dafür, dass wenn ein Creator sich schnell über den Tod eines Künstlers, ähm, austeilen oder ausdiskutieren möchte oder den halt bekannt machen möchte oder Content draus macht, dann ist eher die, dann ist das ja eher so eine distanziertere Beziehung zu dem ganzen Werk gewesen. Wenn, wenn wir jetzt aber erst eine Woche später in dem Podcast drüber reden und kein explizites Video dafür gemacht haben, spricht das doch eigentlich auch dafür, wie wichtig uns das Ganze ist oder wie doll uns das getroffen hat und, ähm, wir haben auch privat viel drüber geredet. Privat haben wir drüber geredet, mit anderen Leuten auch und, äh, jetzt haben wir den Vorteil, dass wir eine Woche später darüber reden können, fast eine Woche später und wir sogar noch neue Informationen darüber haben. Gerade heute ist eine neue Information reingekommen und zwar, ähm, dass er wirklich anscheinend an einem Gehirntumor gelitten hat und das die Folgen seines Todes waren. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ist heute rausgekommen. Und das ist dann wieder so eine Sache, da können wir jetzt drüber reden, weil wir uns Zeit gelassen haben. Jetzt müssen wir nicht zehn Videos droppen, wir machen eins. Wir machen basically mal eben eine Nebenerwähnung in einem Podcast und, ähm, es ist ganz offensichtlich, dass uns das unfassbar doll getroffen hat. Ist ja auch ein emotionales Thema. Ist ein emotionales Thema, ja. Das ist teilweise so ein bisschen so, als ob so ein, als ob so ein Gott gestorben ist, ähm, für einen bestimmten Bereich auf dieser Welt, ne? So ein, so ein, so ein Held einfach. So haben es, so haben es einige formuliert, ja. Ja. Ähm, ja. Kevin, du hast die Nachricht nicht gehört, Toriyama hat auch gesagt, so, dass er nicht mehr weiß, wie lange er kann, weil er gesundheitlich nicht mehr so gut dabei ist und meinte, das liegt vielleicht an seinem früheren Lebensstil, was auch stimmen mag. Toriyama hat viel geraucht in seinen, zu seinen Lebzeiten. Ja, es gibt ja dieses kleine Panel aus den Short-Stories, was in der Massiv-Short auch drin ist, wo er sagt, sein perfektes Leben wäre eine Kippe und ein, äh, ein Schnutzheftchen und, äh, keine Ahnung was noch, ja. Ja, ja, und es gab auch Bilder von früher, wo er, wo er auf seinen Arbeitsplatz da hat, da gezeichnet, oder daneben war so ein Aschenbecher voll mit Kippen und so. Mhm. Ähm, er hatte nicht den gesündesten Lebensstil, das ist so. Ja. Und, ja, man weiß nie, wen's trifft, du kannst der reichste Mensch auf der Welt sein, aber wenn die Gesundheit nicht mitmacht und man das nicht auskurieren kann, läuft's halt manchmal so. Sehr, sehr schade. Also hat er jetzt einen Hirntumor, ist das jetzt die Sache? Ja, er hat einen Hirntumor, ja, und ist wahrscheinlich an den Folgen des Hirntumors gestorben. Ähm, da versteh ich nicht genau, warum. Also wurde der zu spät erkannt? Geht da keine Chemo? Ich glaub, Hirntumor ist so schon der, der schlimmste Krebs, den man haben kann, oder? Ja, ja, das ist, äh, ganz, ganz wichtig. Moment, jetzt hör ich aber bei dir, oh, hör ich jetzt diese. Ja, aber mein Zimmer ist sogar zu, das heißt, da ist jemand grad richtig am Abdaten. Ja, okay. Der Punkt ist, äh, ja, das ist, naja, da ist dann Bestrahlung und Chemo parallel, das ist alles sehr komisch. Aber die Frage ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob man das wusste oder ob er in Behandlung war oder ob man das nicht wusste und das erst entdeckt wurde, als er dann schon tot war. Das sind alles Dinger, die ich jetzt nicht weiß. Ja, vielleicht kommen noch weitere Infos. Wir werden es wohl erfahren. Aber wenn nicht, dann auch nicht, weil wir haben kein Recht, das zu erfahren am Ende des Tages. Ist das die Frage, wie seine Familie, beziehungsweise sein Sohn, der das ja jetzt anscheinend, teilweise weiß man jetzt auch nicht, ob das Gerüchte sind oder stimmt, dass er ... Nein, nee, das sind Gerüchte, das sind Gerüchte. Also, das Dragon Ball Franchise kann der Sohn gar nicht erben, weil Toriyama das Dragon Ball Franchise gar nicht gehört hat. Nee, aber er hat ja schon bei Dragon Ball Super irgendwas mitgemacht, äh, bei Super Hero, glaub ich, und deswegen ... Ja, stimmt, hat er. ... wird er wohl irgendeine Rolle spielen in Zukunft. Bestimmt. Mal sehen, wie das Ganze ... Also, ich finde, es ist einfach noch viel zu früh, um sich darüber Gedanken zu machen. Das muss man auch ein bisschen so runterschlucken. Ich fand, ähm, es gab viele verschiedene Creator, die das zur Stellung genommen haben, auch so ein bisschen ein Tito Kubo, wo er gesagt hat, das fand ich sehr interessant, er meinte sowas wie, ähm, dass ihn das Ende von Dragon Ball tatsächlich sogar trauriger gemacht hat als den Tod. Und damit meint er gar nicht, dass er das Sterben irgendwie runtersprechen möchte, sondern für ihn ist der Tod von Toriyama gar nicht so wirklich als etwas sehr Trauriges zu sehen, weil er so viel hinterlassen hat, dass der Künstler immer weiterleben wird. Und das ist ja wirklich so, Toriyama wird ja ... Quasi nie weg. ... der wird nie weg sein. Der wird nie weg sein. Also, Dragon Ball wird nie weg sein, so. Das ist ... Das werden unsere Kindeskinder noch, äh, wahrscheinlich wissen. Er ist jetzt zur Legende geworden, also eigentlich, wenn man's so will, ne? Also, er ist als Legende gestorben, definitiv. Ja, davon war eine lebende Legende, jetzt ist er eine normale. Eine normale Legende. Todgleich normal. Verstehe. Ja, damn. Aber es gab viele Nachrichten. Kubo, ich hab tatsächlich gesehen, äh, Kubo und Bleach-Fans wurden die letzten Tage gehatet, weil Kubo später erst sich geäußert hat. Ja, genau wie bei uns. Ja, 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 genau. Kishimoto und Oda haben direkt gedroppt und so alle haben gesagt, äh, Kubo voll abgehoben, Bleach war dies, kein Scheiß. Ich verstehe das gar nicht, dass diese Anime-Community so toxisch ist. Ich verstehe's einfach nicht, wo das herkommt. Warum ... Alter, sehr viele Kinder sind in der Probation. Das ist, das ist so ... Ich hab das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Fußballverein. So, du hast dein Werk, das ist wie dein Fußballverein, den du anfeuerst. Und dann gibt's so Werder Bremen und HSV. Das ist dann so, keine Ahnung, Dragon Ball-Won-Face oder so. Bro, das lässt mir grad nur fallen, weil ich hab keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich glaub, ich weiß nichts vom Fußball. Ah, okay. Du könntest mir jetzt alles erzählen und ich glaub's dir einfach und dann steh ich wieder da wie so ein Trottel. Bro. Aber ... Bro, hast du nicht das Champions-League-Finale von Bayern und FC Nankatsu gesehen? Du lügst, ne? Ja, ja, ich weiß schon, dass du lügst. Du bist so einer. Wieso? Du würdest mich anlegen, um mich zu verarschen. Wer ist FC Nankatsu? Ist das ein japanisches Team? Das ist das Team von Captain Tsubasa. Ey, Junge, du bist so ein schlechter Mensch. Geisteskrank. Ganz ehrlich, du bist ganz, ganz böse, Laza. Laza, das, was du da tust, ist böse. Nein! Ich bin gerecht! Wie ist dein Lego-Set bis jetzt so? Wie würdest du es bisher ... Hey. Schon geil, Mann, aber gerade struggel ich ein bisschen an der Palme. Da struggel ich auch das. Ich wollte es auch gerade sagen. Boah, mir wurde übrigens vorgeworfen, dass ihr mich verderbt. Wie? Verderbt. Das ist so ein Cap. Du kommst einfach, die Wahrheit, wenn du einfach raus seid, du bei uns bist, Digga. Nein! Wie, aber auf welchen Bezug? In Bezug auf hier Horniness, glaube ich. Ich weiß nicht. Nein, Laza, du bist, glaube ich, der größte Horny-Mensch von uns beiden. Weil ich sage immer, ich sage immer, es gibt die Leute, die es halt aussprechen, was sie denken, die keine Charme haben. Und dann gibt es die Leute, die haben noch die perversesten Gedanken im Hintergrund, aber äußern sie nie. Und dann denkst du, ach, der ist ja total putzig, total vanilla. Ja, aber im Echten. Ich bin voll harmlos. Tell him, boy. Ich schwöre, ich bin harmlos. Ich habe gar nichts gemacht. Du bist so ein schlechter Mensch. Die Junge. Bevor wir da reingrätschen, wir können ja den Toriyama-Punkt auch mal abschließen. Viele Creator, Manga-Creator. Oh, süß. Schöne Palme. Schau mal, das ist ein Liegestuhl mit einer Palme und hier ist Huschke. Süß. Ja, ja. Also, wie gesagt, Creator, Manga-Cartor, Animatoren, die ganze Welt hat sich dazu geäußert. Und in den meisten Fällen waren die Nachrichten auch sehr süß. Also, man freut sich ja auch, wie viele Menschen dieser Mann bewegt hat. Da fühlt man sich gleich nicht alleine. Und, ja, es ist die beste Zeit, sich hier seinem Lebenswerk zu widmen, glaube ich. Was auch viele machen, habe ich auch gesehen. Einige haben gesagt, ich schaue jetzt aus Respekt Dragon Ball oder ich kaufe mir jetzt den Manga oder so. Auch eine schöne Reaktion. Wäre schön, wenn Carlson aus Respekt Dr. Slum neu auflegt. Dankeschön. Oder Dragon Ball Canseban Edition mal. So, auf Deutsch. Könnte ich auch. Könnte ich eigentlich mal. Was ich auch irgendwie schön finde, ist, dass der Tod eines Künstlers anders gehandhabt wird, als der Tod eines Musikers. Weil du weißt halt bei Dragon Ball, klar, mit ... Sämtlichen anderen Sachen wird das noch ausgeschlachtet mit Merch. Und mit dem kommt, dann kommt ja noch der neue Anime und so weiter. Aber da hat Toriyama ja gar nichts mehr mit zu tun. Aber du weißt so, es kommt jetzt nicht irgendwie noch so ... Noch so unveröffentlichte Zeichnungen als Manga-Band raus. Also, sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall. Aber es ist ja so, dass bei Songs wie ... Also, Lil Peep, da kam schon wieder eine EP mit vier Songs jetzt. Und XXXTentation und Mac Miller. Wie das immer alles so künstlich zurückgehalten wird. Richtig. Dass man so über ein paar Jahre noch releasen kann. Richtig, richtig. Bro, vor ein paar Jahren hat Drake einen Track mit Michael Jackson veröffentlicht. Bro. Geisteskunk. Auf Dark Lane Memo-Tapes, glaub ich. Oder wie oft deutsche Künstler irgendwas mit Falco bringen. Das ist auch so insane. Oh. Was ist passiert? Ich hab einen Follower gekriegt. Ich hab ausversehen, die Notations noch angehabt. Oh, hey. Shoutouts. Du kannst ihm ja auch wenigstens Shoutout geben, wenn er schon grad ... Uru, wie weit bist du jetzt grade bei Final Fantasy? Hast du da schon weitergespielt? Ich bin Kapitel 5, also nicht viel, aber ein bisschen. Jetzt bin ich grad in diesem geilen Strandgebiet. Und du weißt genau, was ich gleich sagen will. Deswegen sag ich's lieber nicht. Nee, wir lassen es die anderen Folgen. Die andere Folge ist ja schon so. Nächste Folge werde ich ... Ja, genau. Die ist ja schon so. Die nächste Folge nehmen wir dann Aerith's Tiddies. Das fände ich einfach based. Aber ich find das schlimmer, gell? Und Lazare werden sie Luffy's Tiddies. Ja, Lazare würde das wirklich tun. Das würde Lazare nicht tun. Ja, Lazare, du bist so gestört, Digga. Ey, ich schwör einfach Rufmord hier in meinem eigenen Podcast. Wahnsinn. So. Wollen wir in alten Zeiten schwelgen? Ja, machen wir mal eine Überleitung. Was ist der Plan heute? Nostalgie. Wir haben nicht alles gesagt, Leute. Wir haben alles gesagt. Also, es wurde gesagt. Wir können jetzt wieder rumfronten und weinen. Es wurde alles gesagt. Es ist, es ist. Okay. Sehr gut. Ähm, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit damals, Dragon Ball nicht live zu verfolgen. Als es Tons kam, war es schon zu Ende. Aber grundsätzlich ... Naja, wobei, man muss ja fairerweise sagen, wenn man als Kind diesen Anime geschaut hat, war es ja schon irgendwie wie live verfolgen. Ja, genau. Du hast ja nicht gegügelt und dich irgendwie gespoilert oder ... Internet war kein Ding. Keiner wusste irgendwas, Bro. Also, das waren immer so Lügen so. Mein Onkel hat gesagt. So, weißt du? Bro, auch viele tun so, als wäre so Dragon Ball für uns der erste Anime gewesen. Aber Digga, ich hab einfach RTL 2 angemacht und da lief Dragon Ball, One Piece, Yu-Gi-Oh! Und so alles gleichzeitig. Alles, alles. So, Dragon Ball ist auf dem Papier noch älter. Aber ja, aber halt nicht für uns. Aber all diese Werke haben wir sehr gefeiert. Viele davon haben wir geschaut, welche. Und über die wollten wir auch ein bisschen sprechen. So ein bisschen in alten Zeiten schwelgen. Und vor allen Dingen, welche ziehen wir uns dann auf? Kannst du noch mal erklären, den Anlass vielleicht, warum wir das heute machen? Weil dann können die Leute sich schon mal freuen. Und wir haben uns verbindlich auf was festgelegt und müssen das auch wirklich durchziehen. Ach so, okay. Wir hatten die Idee, dass wir eine Folge über ... New-Gen-Mangas machen und ein bisschen auch die Zuhörer updaten, was zur Zeit in der Jump läuft. Das hast du sehr schön gemacht, Kevin. Dankeschön. Damit wollten wir uns in nächster Zeit beschäftigen und dazu auch ein Folgenthema machen. Darauf könnt ihr euch freuen. Darauf habe ich auch mega Bock. Und als hier Counterpart dachten wir, machen wir vorher noch eine Folge, wo wir die Old-Gen betrachten. Und schauen, was damals alles so lief. Was hatte damals Erfolg? Was hat uns damals gefallen? Was haben wir geschaut? Ja, und vor allen Dingen, was konsumieren wir davon eventuell sogar heute noch? Also Dinge, die man jetzt noch im Manga-Laden sich anschaffen geht, die damals aber halt liefen und zu der Old-Gen zählen. Ich würde mal sagen, Old-Gen ist so alles, was so früher oder um die 2000er rauskam. Ich bin generell sehr froh, dass wir dieses Thema haben, weil ich kann das jetzt nutzen, um mir wieder Feinde zu machen. Und zwar, gestern habe ich eine Ansage im Steam gedroppt an den Manga-Verlag und ich würde die Ansage gerne nochmal wiederholen hier. Egmont. Meine Freunde. Der Eierberg. Ich gehöre zu der Generation an Menschen, die damals auf RTL 2 sehr, sehr gerne Inuyasha geguckt hat. Und leider gehöre ich damit auch zu der Generation von Menschen, die diesen Anime nie fertig schauen konnte, weil die letzten Folgen nicht auf Deutsch synchronisiert wurden. Dann dachte ich mir, wäre ja eine Möglichkeit, Omikawa Takahashi ist eine Goated Manga-Car, in den Manga mal reinzugehen. Dann habe ich gesehen, Digga, Egmont, 30 Bände, 18 Euro, das sind 540 Euro, Digga. Was? Also, man kann seine Lage auch übertreiben und ganz ehrlich, das ist gestört. Ach du Scheiße. Das ist in keiner Welt gerechtfertigt. Sind das so ganz normale kleine Bände? Nein, nein, das ist wie die Omokulus-Bände. Okay, genau. Ja, Bro, aber trotzdem 18 Euro. Ja, Alter, das ist krank. Für 30 Bände? Das ist krank. Also, ich habe das aus, ich dachte mir so, Digga, niemals gehe ich da rein. Da hole ich mir lieber alle drei Monate mein Ranma-Band und embrace die alten Zeiten so. Guck mal, meine gute Überleidung, Ansage an Egmont. Das ist ja ein Monat Bürgergeld. Ja, Bro, das ist for real. Was soll das? Das ist gestört. An der Stelle bezüglich der Preissteigerung, ich glaube, Egmont hat sich dazu sogar mal geäußert. Also, Inuyasha, diese New Edition da, gab es ja früher schon und die war ja Ewigkeiten vergriffen. Wirklich. Ich hatte ein paar von den alten New Edition-Bänden. Ja, die waren immer wieder vergriffen geblieben, wenn das die Konsequenz ist, Digga. Also, ganz ehrlich. Und ja, weiß ich nicht. Also, besser als nichts, I guess. Man muss ja auch, Kevin, du weißt es selbst, ein bisschen auf die Konsumenten schauen. So, anscheinend juckt sich nicht so viele für Inuyasha und die paar Fans, die es haben wollen, müssen halt dann tiefer in die Tasche greifen. Dasselbe wie Billy Bad. So, da kostet auch ein normaler Band 12 Euro. Ja, das stimmt zwar, aber Billy Bad hat halt auch nur 20 Bände. Bro, ich muss hier 30 Bände kaufen, 18 Euro für das ganze Werk. Und ich fange ja nicht an, eine Reihe zu kaufen mit dem Gedanken, ich werde mir nicht irgendwann den letzten Band kaufen. Ja, ich verstehe. Das heißt, das kalkuliere ich ja vor. Das heißt, ich muss reingehen mit der Entscheidung, ich werde 500 Euro ausgeben. Und tiefer in die Tasche greifen. Ach ja. Ja, oder Aerithel. Was man ankreiden kann, da hat Eggmund nämlich gespart, bei den Neuauflagen dieser New Edition Bände glitzert das Rückenbild nicht mehr. Das war eigentlich goldverziert und jetzt ist es so braun. Ja, ich kriege für 18 Euro nicht mal Gold. Ja. Ganz ehrlich, also, schare. Ja, also, ich hatte die Goldene. Dafür hast du aber Sailor Moon gegönnt, oder? Ich lese gerade Sailor Moon, denn Leute. Und ist das wirklich ein kurzes Werk? Hat der nur zwölf Bände, oder was? Der hat nur zwölf Bände, Bro. Crazy. Aber die sind auch ein bisschen dicker. Ursprünglich waren es 18. Ja, die sind dicker. Also, die hat die sind dicker. Ja, aber man muss auch dazu sagen, ein Kapitel hat 50 Bände und es ist monthly erschienen, das wusste ich gar nicht. Oh, okay. Man merkt aber an der Zeichenqualität, dass es monthly erschienen ist, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gezeichnet. Viele Shoujo-Manga kommen monthly, tatsächlich. Muss ich sagen, das Pacing ist insane schnell. Digga, es passiert so viel innerhalb von zwei Bänden, ist meine Familie gefühlt fünfmal gestorben und Universum und alles. Also, es passiert wirklich viel. Ich lese das gerade, weil ich will da so ein YouTube-Video zu machen, wie auch schon zu Alice in Borderland und Death Note und so. Wie gut ist es wirklich? Ich dokumentiere das live und ich muss sagen, also, es ist sportlich. Und vor allem finde ich das Paneling, muss ich sagen, sehr, sehr kreativ hier von der Mangaka, weil es passiert sehr oft, dass die einfach die Seiten so nutzt, wie sie will, hat man das Gefühl. Sie geht nicht nach einem so stumpfen Schema vor, sondern sie sagt, hier habe ich jetzt ein großes Bild, da mache ich so zwei Panel rein und die bringe ich irgendwie rein. Das folgt irgendwie keinem speziellen Schema. Und das ist sehr, sehr interessant, das sich mal anzuschauen, tatsächlich. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass du das ankreidest. Nee, ich finde das geil und ich muss auch sagen, ich bin ja in Salem komplett blind. Das heißt, ich habe ja da gar keine Nostalgie zu. Ich habe nichts, ich habe das nie geschaut. Also, auch nicht, dass, ich weiß nicht, ob das lief, wenn ich es nicht oder es geskippt habe. Mann, das war so ein richtig typisches Jungding. Du dachtest dir so, da sind irgendwelche Prinzessinnen oder Zauberinnen und dann schaltest du halt weg. Ich glaube, so wurde das einfach gewusst. Ja, und das Einzige, was ich noch weiß, war, das ist das Intro. Oh, aber das war die Zeit, wo deutsche Intros nicht einfach die japanischen auf Deutsch waren, sondern die haben alle so Techno-Versionen gekriegt. So Sailor Moon, Halt den Monsterfest und auch Dragon Ball mit seinen sieben Dragon Ball Stickern. Die haben alle so Techno-Lieder gekriegt als Intros. Das ist insane eigentlich. Ich habe das auch immer als Kind geditscht. Also, mich hat das nie interessiert. Obwohl es ein gutes Werk ist, aber es war halt einfach nicht meine Tits. Und vor allem muss ich sagen, es war für mich halt so, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich der krasse Shoujo-Enjoyer werde, aber wenn ich irgendwie in Shoujo vielleicht mal reingehen möchte, fände ich es schon sehr komisch, da nicht den Urvater oder die Urmutter von Shoujo vorher gelesen zu haben, was ja in dem Fall Sailor Moon ist. Wenn du Sailor Moon schon liest, weißt du, was du eigentlich danach liest, oder nicht unbedingt danach, aber als nächstes Shoujo-Projekt lesen müsstest? John? Ja. Ja, ich wollte es mir holen. Es hat zwei Luxury-Editions, 30 Euro, das ist viel, viel kürzer noch. Was? Das sind zwei Max-Bände, zwei quasi dicke Bände. Ja, John ist ursprünglich sieben Bände lang. Was ich krass finde bei John ist, beziehungsweise bei Sailor Moon, du merkst so voll viel, wo sich John daran inspiriert hat. Also, du merkst so voll viel, Alter, so diese Katzen sind basically Finn und Axis, oder wie er heißt, Digga. Diese ganze Tuxedo-Mass-Tier-Sache, das ist ja insane. Also, da habe ich fast schon Diebstahlvorwerfer an der Stelle, würde ich mal was sagen. John ist literally eine Sailor-Kriegerin irgendwo. Krass. Aber das ist auch Liter-Miller, muss man sagen. Ey, Alter. Vor allem, der Anime ist ja lange her, ich selber erinnere mich nicht mehr so gut an den. Aber ich habe den Manga gelesen vor zwei Jahren, glaube ich. Das erste Mal auch, weil ich einfach wissen wollte, so Werke von damals, die ich geschaut habe, genauso Ranma, Inuyasha. Wie sind denn die Manga-Versionen davon? Ich weiß es gar nicht. Und dann bin ich auch in Jan reingetaucht und der Manga hat mich positiv überrascht. Ich wünschte, ich wäre in Jan reingetaucht. Hast du denn einen Tauchschein? Siehst du? Dazu sage ich jetzt mal lieber gar nichts. Der Manga ist gut. Und ja, und dann, oh, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, aber ich lese ja jetzt gerade XXXHolic. Da ist jetzt der erste Doppelband auf Deutsch erschienen, endlich. Ich habe den im Talia gesehen und ich wollte mir den holen. Und dann habe ich mir gedacht, ich warte mal, bis Nick durch ist mit diesem Band. Ich bin schon durch. Er ist wirklich, du hast sehr viel von dem Band. Also ich habe den, glaube ich, eine Woche lang gelesen. Einfach, weil ich nach 20 Seiten erstmal wieder ein bisschen Pause brauchte, weil es halt einfach sehr viel ist, was so, was den Input angeht. Aber es ist ein sehr, sehr geiles Spiel zwischen Humor und dieser übernatürlichen Sache halt, ne? Aber fühlt es sich anstrengend beim Lesen? Nein, gar nicht. Also es ist wirklich ein sehr entspanntes Lesen. Und ich bin so gespannt auf die nächsten Bände, weil es gibt Paralleluniversen, es gibt Zaubereien. Aber gleichzeitig ist das alles so, als wäre es in einer echten Welt. Also es ist so diese Magie, die es halt wirklich in unserer Welt gibt, gefühlt. Vermischt mit etwas, was sie sich halt ausgedacht haben. Und ich finde das Werk total geil. Ich mag diesen alten Stil richtig gerne von den 2000er-Mangern. Und der spiegelt sich halt da auch wieder, weil er aus, glaube ich, 2002 kommt. Und ja, ich finde es sehr, sehr, sehr nice. Wenn man mal bedenkt, dass ein Werk wie Dorohedoro auch aus der Zeit kommt, der aber gar nicht so aussieht wie ein Old-Gen-Manga, finde ich schon krass. Das ist immer so verrückt, weil das ist auch manchmal, das ist auch fast schon wieder dieses Phänomen, was Laza gesagt hatte, dass wir die alle gleichzeitig gekriegt haben, diese Anime damals. Das ist ja jetzt schon wieder so, wir kriegen manchmal Manga und dann sind das neue Manga so, weißt du? So ein Dorohedoro kommt gleichzeitig mit einem Danda dann rausgefühlt. Und du denkst dir so, das ist ja eine Zeit, aber dann merkst du so, scheiße, die Erfahrung lachen uns aus. Dasselbe gilt zum Teil auch für die Animes. Also viele haben ja gedacht, Vinland-Saga ist ein New-Gen, als der Anime 2019 kam. Aber Bro, Vinland-Saga ist fast so alt wie Bleach. Boah, krass. Ich glaube, Vinland-Saga startete 2003, lass mich nicht lügen, das ist so alt wie Fullmetal. Was? Krass. Aber der lässt sich ja anders zeitern, oder? Wenn der noch nicht finished ist. Ja, voll. Der müsste ja eigentlich jetzt beide mal fertig sein, oder? Ja. Hieß es. Hieß es, ja. Ich muss mal kurz hier, bevor ich cappe, verifizieren. 2005, 2005. Das ist Fullmetal-Zeit. Boah, ist schon krass, ist schon krass. Also Vinland-Saga erschienen, da lief noch Death Note-Manga. Boah. Crazy. Ist das insane. Ja, geil. Death Note auch ein Klassiker, den wir alle lieben. Aus der Zeit, wo es sich lohnt. Ja, wobei, Death Note ist für mich schon wieder ein bisschen später als die Zeit, über die wir reden. Weil Death Note ist für mich die Zeit, da hab ich nicht mehr Fernsehen geschaut oder so, sondern da war ich schon am Rechner und hab da schon meine japanischen Cartoons konsumiert. Wie lief Death Note denn im Fernsehen überhaupt? Bestimmt nicht, oder? Das muss ich nicht. Muss irgendwo, hat doch eine deutsche Synchro. Aber dann wahrscheinlich, es wurde ja auch irgendwann Pay-TV, also dieses Pukito-TV und so, wurde ja Pay-TV. Und ich glaube aber nicht, dass da Death Note lief, also kann ich mir schwer vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Aber Kevin hat recht, es war so die Zeit, wo man nicht mehr im Fernsehen Animes geschaut hat, sondern so wieder ins Anime-Game reingetaucht ist. Death Note war da ein Starter für viele. Leute, ich baue hier gerade einen Baum und jetzt passt auf, hier ist ein kleiner Sterni, hier, und den legst du in den Baum und dann machst du das zu und dann wird niemals einer erfahren, dass da ein Sterni ist. Aber wenn irgendwann einer den Baum auseinander baut, dann weiß er, dass da ein Sterni ist. Wie bei Animal Crossing, wenn du manchmal Bäume fällst. Es war jetzt jetzt basically der gesamte Podcast, dass da Sternis drin sind, Oro. Hast du die Überraschung wecken, falls jemand kommt und den auseinander baut? Schade, okay. Geht weg, lasst es. Ihr kriegt meine Sternis nicht. Ja, also für mich war das mit die geilste Zeit und ich find's echt cool, dass so Qualitäts-, so viele Qualitätsmerkmale waren, dass die heute halt einfach immer noch zu enjoyen sind, so, ne? Oh, Rulis, Sailor Moon, ich, XXXHolic, Lazar hat eh schon super viele, was das angeht, gelesen. Wir, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Death Note, Pokémon. Boah, Junge, darüber müssen wir gar nicht mal reden. Und ich freue mich schon extrem, wenn wir mal in den Pokémon-Read reingehen, Alter, und den gesamten Pokémon-Manga lesen. Da hab ich so Bock drauf. Da freue ich mich auch drauf. Der ist ja auch oldschool eigentlich. Worauf ich mich auch voll freu, Niek, ist, wenn wir in den Yu-Gi-Oh! Und weißt du, worauf ich mich freue? Wenn du Jojos guckst und wenn du Heavenly Delusional guckst und wenn du generell mal guckst, dann freue ich mich auch. Wir freuen uns gegenseitig dann, ja? Und ich freue mich, wenn Kevin Jojo guckt und Niek Yu-Gi-Oh! Okay, wir freuen uns, wenn du aufhörst, auf Kinder zu stehen. Okay, 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 das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen. Das war ein Witz, das war ein Witz, das war ein Witz. Das kannst du nicht sagen. Ich muss aber erklären, wer der Witz kommt. Dick, erkenne sie dich einfach. Ja, das war in der Folge. Ach nee, das war vor der Aufnahme. Nein, das war in der Aufnahme. Nein, hat Niek nicht vor der Aufnahme gesagt, dass er von deiner Band was geschaut hat im Stream und die alle die Kinder aussehen, die du magst. Das war in der Folge. Ja, aber damit habe ich ja nicht gesagt, dass Al-Azhar auf Kinder steht, sondern dass sie für mich halt jung ist. Das hast du schon eigentlich gesagt. Nein, ich kenne ihn und er tut es nicht. Ich kenne ihn auch und er tut es nicht. Also Leute, Al-Azhar steht nicht auf Kinder, das möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken. Gerettet. Oh Mann. Thema Oldschool. Nie Knussel, oh Mann. Traurig alles hier. Wisst ihr, habt ihr eigentlich auch manchmal so den Drang, so alte Animes von damals, die ihr im Fernsehen gesehen habt, die ihr damals gefeiert habt, aber low-key komplett vergessen habt, nochmal zu gucken? Nee. Schlechtes Pacing. Ich hatte den Drang voll lange, dann habe ich es zweimal versucht und dann war ich so enttäuscht, dass ich dachte, ich mache mir die anderen Sachen lieber nicht kaputt. Was hast du denn geguckt? Dragon Ball Z und Digimon, die erste Staffel. Warum hast du Digimon? Also Dragon Ball Z, wegen dem Pacing, I guess. Ja, aber Digimon, sagst du dir wie es ist, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und die haben mich irgendwie, Digga, wie Greymon da kommt und dieses, ich weiß nicht, als Kind hat es mich halt wahrscheinlich mehr abgeholt, aber auf jeden Fall dachte ich, wenn ich jetzt weitergucke, werde ich mir die Legacy kaputt machen, also lasse ich es einfach. Also ich habe vor kurzem erst auch die ersten paar Digimon-Folgen wieder geguckt und ich fand sie eigentlich cool. Ich frage mich halt auch, ich fand damals zum Beispiel, da haben es schon viele gehatet und fanden es nicht mehr cool, aber ich war zum Beispiel ein großer Fan von Digimon Frontier und ich frage mich, würde ich das heute noch cool finden, wenn ich das jetzt schaue? Ich finde, ich habe die Staffel noch so ein bisschen im Kopf, ich habe auch viel vergessen, aber ich fand die vorherigen, ich mag Frontier noch, aber die vorherigen fand ich auch besser. Also Digimon Tamers zum Beispiel, die dritte Staffel fand ich besser als Frontier. Guck mal, das Ding ist, ich glaube, dieses ganze Ding hat nur funktioniert, weil wir zu dem Zeitpunkt kein Internet hatten und weil es einen Schedule gab, in dem diese Folgen liefen und deswegen hast du dich halt auch so doll drauf gefreut. Also mir war es persönlich super egal, ob das eine 20-Minuten-Folge-Filler ist, die ich da in Pokémon neben meinem Essen nach der Schule mir reinziehe oder ob das irgendeine nice Cannon-Folge ist. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt, weil du hast halt das genommen, was du bekommen hast und es war ja der höchste Standard. Heutzutage mit TikTok, mit allen Zusammenfassungen, mit jedem Medium, setzt du dich nicht mehr vor den Fernseher und guckst 100 Folgen, wovon 50 eigentlich irrelevant für die Story sind und das ist auch mehr als verständlich, weil unsere Generation hat sich da einfach hingehend geändert. Aber damals war es einfach gut, das war einfach peak. Früher hat man, früher hat man genommen, was man gekriegt hat, heute kannst du ja aussuchen, was du schaust, deswegen sind die Communities heute auch ganz anders. Früher hast du, Bro, du hast alles geguckt, warst von, fandst alles geil, warst von allen Fanen, du hast Dragon Ball, One Piece, Naruto, alles geschaut. Duell Masters, ich hab immer noch ein geschlossenes Deck hier, wirklich, mit dem Polchek-Drachen. Und heute ist ja fast schon eine Seltenheit, dass du jemanden siehst, der Naruto und One Piece-Fan ist, verstehst du? Ja, Mann, aber das ist voll crazy, weil ich frag mich, wie viele unserer Zuschauer tatsächlich verstehen, worüber wir hier reden und wie viele eigentlich schon zu spät gekommen sind, weil das war ja wirklich, das kommt mir immer so vor, als wäre das eine Ära, die fünf Jahre lang ging. Aber das war eigentlich gar nicht so lang, diese Ära, also wenn man, wenn man das mal auf dem Papier anschaut, diese RTL2-Ära, die ist nicht so lang, wie mir das immer vorkommt. Das ist, äh, wie lange wird's gewesen sein? Ich würd sagen, von 2001 bis 2006, hätt ich gesagt, also schon so genau fünf Jahre, oder? Fünf Jahre kann ich nicht daraus sein. Oder 2001 bis 2008, also ab wann war denn das, wo man das erste Mal auf YouTube und Clipfish so, also ich, ich hab irgendwann so ab 2010 mit Proxa, kennt ihr Proxa, die Anime-Seite? Mhm. Da hab ich halt immer illegal, äh, legal natürlich, ähm, Anime geschaut, also das war so der Moment, wo ich dann umgeschwungen bin. Also ich erinnere mich, dass 2007, sechs oder sieben, kam die erste Werbung von Naruto nach Deutschland, das kam auch noch nach RTL2, Naruto kam ein bisschen später sonst. Ich weiß, ich hab Naruto gedroppt, weil, äh, diese Synchro war grausam, dann hab ich, äh, eine Mega-Hero oder was das war gekauft. Echt jetzt? Und die haben, ähm, die haben einen Artikel, echt jetzt, Sasuke, und die haben auf jeden Fall einen Artikel gemacht, wo, ähm, wo die so nebeneinander gezeigt haben, was alles zensiert ist, und da dachte ich mir, das kann nicht sein. So, so, weißt du, und dann dachte ich, nee, dann hatte ich, dann hatte ich einen Computer, und dann hab ich gegoogelt, und dann auf einmal hab ich da Sasuke gesehen mit seinem, mit seiner nackten Brust und wie er schon Katana hatte und so, und da dachte ich, okay, jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich, jetzt, was ist hier jetzt passiert? Mega-Hero! Boah, das war so das geilste Magazin. Eigentlich war das wirklich, es war gar nicht mal so krass, aber für mich war, also, für, für, für meine Stellung, äh, also, weil das hatte nie so, hatte Mega-Hero so Spielzeug? Ja, das geilste war, manchmal waren da einfach so, war da einfach so ein Pack-Yu-Gi-O-Karten. Das war big, das war big. Das war, digga, das war insane. Ich, ich hab aktuell so ein Abo von einem Anime-Magazin, äh, um mir so ein bisschen diesen Charme von damals zu bewahren, wo ich so fünf Euro im Monat zahl. Und funktioniert's? Ja, es ist cool. Und da, da sind auch immer so Leserbriefe hinten, da ist dann immer so, das ist so voll süß, weil da sind dann so 20 Nachrichten, wo der eine schreibt so, die können sich darüber dann so suchen. Ähm, so, ich bin zum Beispiel männlich 14 und meine Lieblingsanime sind diese, ihr könnt mir mal auf Discord schreiben. Also, heutzutage ist es wirklich so, schreibt mir mal auf Discord, ne? So, nicht so irgendwie, hier ist meine, meine E-Mail-Adresse oder sowas, sondern einfach, das ist mein Discord, äh, ID. Und das ist, das ist halt so geswitcht einfach alles, wir leben halt wirklich in einer anderen Zeit, ähm, und ich finde deswegen auch noch geil, dass das Medium-Manga vorhanden ist und auch das Buch-Medium nicht ausstirbt, weil das ja, kein Mensch kauft sich heutzutage noch wirklich CDs. Also, ich mach so eine Ausnahme hier und da mal. Oh, das stimmt, das stimmt. Aber CDs sind wirklich tot, Digga. DVDs, VHC, DVDs, Blu-Rays, alles tot, aber Bücher und das Buch-Medium und der Print, der ist immer noch sehr, der ist wahrscheinlich größer denn je. Und das finde ich geil, also, dass die Leute halt wirklich auch noch mal was physisches in die Hand nehmen. Ich hab die neue Twice-CD gekauft. Jaja, ich sag auch so, Ausnahmen oder so, ist halt geil. Ich hab mir auch zum Beispiel jetzt die Supernatural, äh, Blu-Ray Deluxe Edition geholt. Auch wenn ich die jetzt auf Amazon, äh, gucke, habe ich die Blu-Ray in Fall. Weil das Ding, guck mal, das Ding, es steht dir vor, es kommt eine Apokalypse. Internet fällt aus, Bro, Internet fällt aus. Meine Playstation kann aber noch die Blu-Ray abspielen. Und dann kann ich ganz alleine noch mal Supernatural gucken, wenn ich der einzige lebende Mensch bin. Also, denkst du wirklich, wenn eine Apokalypse kommt, dann gehst du an deine Playstation und guckst Supernatural? Und dann werd ich getriggert, weil da geht's auch um eine Apokalypse und dann mach ich schnell aus. Tatsächlich war ich neulich im Saturn und hab gesehen, die haben halt auch Anime-Bereich, Blu-Rays und so im Sortiment. Und ich bin zufällig an Dororo Blu-Ray vorbeigelaufen. Dororo. Und die hatte ich Bock, mir die zu kaufen. Und dann hab ich irgendwie gesehen, das war, ähm, eine von vier. Und die eine alleine hat irgendwie 20 Euro gekostet. So, du zahlst 100 oder 80 bis 100 Euro nur für den einen Anime. Schon viel. Hat nicht mal so viele Erfolgen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Digger, Dragon Ball für 50 Euro für eine Blu-Ray, äh, 18 Blu-Rays oder so. Ist so komplett lang. Es gab damals auch ein Magazin, ich glaube, es war nicht die Mega Hero, aber ich weiß grad auch nicht, welche es sonst war. Da gab es, äh, monatlich immer eine Pokémon-DVD mit drei Folgen drauf. Und die haben die quasi in Parts, äh, released. Oh. Das war so ein Blu-Rays, ich hab die auch hier, ich kann die mal ganz kurz zeigen. Warte, ich muss auch kurz was suchen. Kevin, sag kurz was. Also, das Geile bei meinem Animal Crossing-Lego ist, Leute, guckt mal, ihr habt hier quasi so eine Insel und ... Ah! Alles okay. Alles ist runtergefallen und zerbrochen, Digga. Können wir, können wir auch, können wir auch auflegen. Eine schweige Minute für Kevins Lego-Setter. Ist das scheiße, Digga? Das kann nicht sein. Mein Sterni ist weg. Und der ist weg? Ja, er ist irgendwo hingerollt. Bro, was hast du gemacht? Mein Lego ist runtergefahren. Oh mein Gott. So, ich hab gefunden, was ich gesucht hab. Und zwar hab ich als Kind, und ich hab dieses Ding rauf und runter geguckt, äh, die Videokassette. Videokassette? Warum erzähl ich's eigentlich, wenn keiner von euch hinguckt? Der erste paar Pokémon-Folgen. Ja, voll cool, Laza, damn, Nostalgie, yes. Zeig mal, was drin ist. Gerne, weil man das ja heutzutage nicht mehr so sieht. Warner Brothers, Pokémon, let's go. Oh, was steht denn da drauf? Entscheidung für Pikachu. Mhm. Gut. Da sind... Wie viele Folgen? Drei oder so. Ich weiß, dass man hier noch sieht, wie er Raupi fängt. Und Tauboga. Geil. Und als Kind hatte ich immer den... Hatte ich irgendwie den Gedanken, wenn ihr öfter... Ich das angucke, umso mehr Folgen kommen dann. Mhm. Das war's auch schon. Meine Laune ist jetzt gelaufen, Bro. Das tut mir sehr leid. Ich hab's einfach... Hier ist ein Teil von meiner Insel, da ist eine Angel, da könnt ihr euch hinlegen und angeln. Da ist noch ein Sandwich, das ist wahrscheinlich sogar vegan. Weil, wobei, das Käse drauf ist, nicht vegan. Es ist vegan. Was hast du gesucht, Nick? Ich wollte diese Pokémon-DVDs suchen. Ah, ich hab meine Videokassette gezeigt. Ich hab's vollkommen verpasst, sorry. Aber war bestimmt schön. War sehr schön, ja. Okay. Oh, nerv uns nicht mit deinem Lego jetzt. Hey, Bro. Ist das was Schlimmes passiert? Ich hab meinen Sterni verloren. Den findest du später sicher wieder. Ähm. Gut. Habt ihr da... Habt ihr Monster Ranger geguckt? Nein. Äh, ein bisschen manchmal. Aber ich erinnere mich dran, dass das Intro richtig goatet. Das höre ich manchmal auf Spotify. Es ist echt goatet. Nur ein paar Folgen. Ich hab vor kurzem mal die erste Folge geguckt. Ich dachte mir, ich tauche in den Monster Ranger Grind wieder rein, weil ich das so geliebt hab als Kind. Und die erste Folge war so... Hm? Bestimmt wird die nächste Folge geiler, aber ich hatte Angst, weiterzuschauen. Worum geht's da eigentlich? Bro, es ist ein Pokémon-Abklatsch irgendwie. Aber edgier. Also, da kämpfen die Viecher gegeneinander und die sterben auch so zum Teil. Und, äh, weißt du, wie das ausging? Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist leider zu lange her. Ich erinnere mich an ein paar Schlüsselsequenzen. Aber auf jeden Fall taucht der Main-Character, wie hieß er, Genki, es ist Nisekai, er taucht in eine andere Welt. Wie Digimon. Irgendwie. Und er weiß nicht so richtig, warum. Muss sich zurechtfinden. Freundet sich mit Mochi an. Und kämpft gegen Bösewichte. So. Was? Ist wahrscheinlich sehr simpel. Ergibt Sinn. Für die Zielgruppe, an die es gerichtet ist. Aber ich fand's sehr cool. Und, ja, manchmal hab ich den Eindruck, so ein paar alte Sachen wieder reinzuschauen. So, seid ihr beide so komplett abgetaucht eigentlich? Oder was macht ihr? Hast du nicht letztens den Dragon Ball GT-Anime ... Ich hab meinen Sterni gefunden. Hast du nicht letztens den Dragon Ball GT-Anime rewatched? Ich hab ihr letztes Jahr rewatched, ja. Hast du nicht sogar mit Yard und so Dragon Ball Z noch mal rewatched, Digga? Und Classic und Super. Und Worth? Für jemanden, der Dragon Ball nicht als Manga kennt, ja. Besser als gar nix. Echt jetzt? Ja, besser als gar nix. Natürlich. Der Z-Anime hat, also Dragon Ball Z, alles Kultstatus so. Es bringt es schon rüber so. In verzerrter und abgeschwächter Form, ja. Aber wenn man den Manga kennt ... Ich hab erst gestern drüber geredet. Wenn man den Manga kennt, ist es einfach nur noch anstrengend. Ich hab Minecraft-Karten. Lego. Geil. Und? Was ist die Rare? Unboxing, let's go. Wenn du Gear 5, Raffi ... Oh mein Gott, du hast ... Ich hab den Zombie. Den grünen gezogen, geil. Ich finde, Oro würde in Minecraft ein Creeper sein. Auch im echten Leben. Oder das. Zombie-B. Was wär ich? Das bin literally ich. Das ist wirklich du. Okay, Lazar wär ... Ich glaub, Lazar wär so ein Schaf. Mhm, seh ich auch so. I guess. Warum nicht? Okay, soll ich noch mal versuchen zu zeigen, was ich zeigen wollte? Vielleicht geht's diesmal nicht kaputt. Wenn es was mit Lego zu tun hat, dann bitte nicht. Ich hab's wieder aufgebaut. Doch, warte kurz. Also, pass auf. Das sind so ganz viele verschiedene Panels. Und ihr könnt die quasi abmachen. Und dann könnt ihr die Insel immer wieder umbauen, sodass die anders ist. Wie in Animal Crossing, wenn ihr dieses Terraforming habt. Crazy. Ja, das wollte ich zeigen. Jetzt hör ich auf mit Lego-Content. Hast du vielleicht einen geistreichen Beitrag für das Thema der heutigen Folge? Hab ich doch schon gehabt. Noch einen? Ja! Ich möchte über Can was sagen. Und zwar? Man sagt ja, dass Ansichten von Erwachsenen in der Kindheit geprägt werden. Durch die Dinge, die man da so konsumiert. Deswegen sind wir natürlich alle medien-aware, wenn wir Kinder haben. Zum Beispiel gucken Dani und ich ja bei Helena, also bei meiner Stieftochter, sehr oft, was sie guckt. Wie lange sie guckt. Das muss man halt sein, so medien-aware. Das heißt, wenn sie ein Manga lesen will zum Beispiel und der ist ab 13 und sie ist 9, dann blätter ich den durch oder ich kenn den meistens schon, dann sag ich ja oder nein. War letztens der Fall bei, wie heißt denn das Ding? Manga-Kult, irgendwas mit Schulgeist. Mein Schulgeist Hanako. Ja, da hab ich gesagt, das ist in Ordnung. So, der Punkt ist ... Letztens ist mir klar geworden, warum ich so krasse Trust-Issues hab. Und zwar, weil Finn Fisch mich die ganze Zeit verarscht hat, Digga. Und ich glaub, das konnte ich als Neunjähriger nicht verkraften. Dass wirklich der Plot-Twist, der so heftig ist am Ende, ist einfach, dass sie dich von Folge 1 an verarscht hat. Ist nicht mal, sie ist böse geworden oder verhext worden oder so. Sie hat dich verarscht, Digga. Du hast gedacht, das ist deine Freundin. Bro, ähm ... Also, das kann ich einfach nicht verstehen. Das hat mich so fettig gemacht. Ich will dich nicht spoilern, wenn du wirklich vorhörst, den Manga zu lesen, aber ... Ich will den Manga lesen. Es hat einen anderen Hintergrund im Manga als im Anime. Im Anime ist es voll dull. Aber im Anime hat es tatsächlich ... Aber im Anime, da ist sie schon eine Bitch, sagt die Wahrheit. Ja, da ist sie Women-Zigarette, ja. Aber im Manga hat es ... Women-Zigarette! Aber im Manga hat es einen plausiblen Hintergrund. Okay. Ich sag aber nicht dazu. Grundsätzlich, die spätere Hälfte des Mangas ist ganz anders als im Anime, weil der Anime schon lief, als der Manga noch nicht abgeschlossen war. Wie so oft. Women-Zigarette. Detektiv Conan. Rewatche ich zurzeit. Geil, da machen wir aber halt eine Folge, ne? Genau. Direkt nach der Jojo-Folge. Die wird nie kommen. Ich liebe Detektiv Conan, Mann. Also schon als Kind. Kannst du erklären, warum? Ja. Safe kann ich erklären. Erklär doch. Also, zum einen, Detektiv Conan behandelt ein Genre, was in Anime und Manga, vor allem Shonen-Anime und Manga, nicht oft behandelt wird. Nämlich Krimi, Mystery. Das stimmt. Das weißt du jetzt. Es gibt ja eine sehr einzigartige Experience. Ich finde, die episodische Erzählstruktur, es gibt einen roten Faden, der sich durch die Geschichte lose zieht. Man arbeitet auf etwas hin. Conan will ja wieder groß werden und die Männer ein schwarz Ding festmachen. Und das sind auch immer große Highlights innerhalb der Story. Also, die Serie ist so aufgebaut, dass du halt hier, ein bisschen da deine Fälle hast. Und die sind halt auch alle immer kreativ. Man ist immer animiert mitzuretseln. Allein deswegen wird es für mich schon nie langweilig. Aber sobald es dann wieder in die Main-Story losgeht, ballert es richtig hart. Weil die ist richtig geil. Die ist ultraspannend. Die ist sehr unvorhersehbar. Und oft ist es auch so, dass hier, du schaust eine Folge. Oder liest ein Chapter und da ist ein Fall, der irgendwie komplett los ist, mit gar nichts zusammenhängt. Und dann am Ende hast du dann ein Detail, das hat so ein bisschen einen One-Piece-Effekt. Nur Conan ist bei weitem nicht so beliebt wie One-Piece. Da lässt dir der Autor einen Happen da, lässt dich das zu irgendeiner anderen Situation auf einmal connecten. Und auf einmal hat das doch was mit den Männern in den Schwarz zu tun. Oder mit Kaito Kid oder dem FBI oder irgendwas. Dass du so richtig, kennt ihr das wie in Filmen, wie jemand so ein Whiteboard hat und dann so Bilder dranhängt. Und dann so die, mit Pinnadeln so alles markiert. Es ist einfach ultra cool, in dieses Universum einzutauchen. Es gibt so viele, der Charakter-Cast ist mega geil. Aber es ist sehr episodisch, oder? Es ist sehr episodisch, ja. Im Anime noch viel mehr als im Manga, weil der Anime besteht zu fast 50 Prozent aus Filler-Folgen. Also der Anime hat jetzt ein bisschen mehr als tausend Folgen. Du kannst fast die Hälfte wegschneiden und hast kein Content verloren, jetzt auf Manga bezogen. Was abfuckt, wenn's wöchentlich läuft, schon so. Aber es sind mittlerweile so viele Folgen, bist du aktuell bist, hast du eh viel zu tun. Und ich find, das ist immer noch der bessere Approach, als halt die Folgen zu strecken. So wie es bei Dragon Ball und One Piece der Fall war, ist. Und es ist einfach ein Vibe. Es ist einfach ein Vibe. So, lass mich noch kurz den Satz zu Ende sagen. Detective Conan ist auch, finde ich, kein Anime, den man binge-watchen muss. Überhaupt nicht. Es ist so, immer so dieses Ding, sagen wir, du hast dein Main-Read, du liest grad irgendwas und du schaust grad irgendwas und brauchst grad Pause davon, mach Folge Conan am Abend so zum Runterschalten. Das bockt und es begleitet dich einfach. Das ist genau ein Anime, den man so schaut. Und es enttäuscht nie. Mega cool, ich kann's nur empfehlen. Boah, das ist nice. Ich rewatche es grad zum dritten Mal. Wie viele Folgen insgesamt? Ein bisschen über 1000, ohne Filler knapp 600. Ja, mal sehen. Ist viel, ist viel. Aber wie gesagt, so, es fehlt ja nichts, es einfach anzufangen und so immer mal wieder zu gucken, so. Vor allem, man kriegt auch Bock mit der Zeit. Man hat dann immer mal wieder Bock auf eine neue Folge. Es, äh, hier, die deutsche Synchro wurde weitergeführt letztes Jahr. Es kamen 100 neue deutsche Folgen. Nach Jahren endlich mal wieder. Äh, die deutsche Synchro ist eine der besten, die ich kenne. Auch noch. Das, weil hier, wird ja auch oft kritisiert, wie bei Naruto, Kevin, Feuern. Die deutsche Synchro von Conan ist peak, wie der Podcast. Und, ähm, ja, die Folgen werden auch remastered. Also auch die früheren Folgen, die nicht so gut animiert sind, kriegst du jetzt auch eine bessere Auflösung. So, also, ich finde, es lohnt sich. Allein schon für die Experience, weil sie so einzigartig ist. Danke für den Teil der Conan-Folge. Okay, gut. Ja, das ist auch alles, was du jemals kriegen wirst zu Conan. Richtig. Ähm, ich hab tatsächlich noch eine Frage. Jungs, was würdet ihr sagen, woran liegt es, dass One Piece das einzige Relikt aus dieser Zeit ist, was heute immer noch so erfolgreich oder noch erfolgreicher ist als damals? Ganz einfache Frage. Also, dass ein Conan ist zum Beispiel nicht gestattet. Und das ist gut geteilt. Ganz einfach, nee, ähm, was meinst du, Conan oder was? Ja, ja. Ja, äh, One Piece ist das einzig Überlebende aus dem Grund, weil du noch nicht weißt, was das One Piece ist. Aber du weißt ja auch nicht, was mit den Männern in Schwarz ist. Das ist nicht so ein großes Geheimnis wie denn ein Schatz. Also, stimmt, ich wollt grad sagen, ähm ... Für die breite Masse gesehen. Klar, die Hauptprämisse von Conan ist natürlich, äh, die Männer in Schwarz Ding festzumachen, aber die Serie definiert sich nicht darüber. Das ist ein Krimi. So, du sollst Spaß mit den Fällen haben und dir enträtseln. So. Es ist schon der Mainplot so, aber die Serie definiert sich nicht über den Mainplot. Okay. Ach, Dino, du bist so bescheuert, wirklich. Wo kommt die denn hin? Dino, der klettert da immer hinter meiner Kamera her und so. Bist du bekloppt, wirklich? Einfach richtige Sabotage-Folgen. Kannst du mir geben? Ja, hier. Fettklops ist das geworden. Er ist so ein Süßer. Kannst du hier mal ein bisschen chillen jetzt. Ähm, ich würd sagen, wir gehen noch mal in die Fragen rein von den Zuschauern. Ähm. Könnt ihr das machen? Ich muss ja noch mein Lego arrangieren. Gut, äh, zu der Frage, dass die Leute, die Toriyama die ganze Zeit schlecht geredet haben, da haben wir ja schon Stellung dazu genommen. Ähm. Ja. Hattet ihr schon mal einen Manga, der durch eine Szene von 1 zu 10 zu einer 10 von 10 geworden ist? Durch eine Szene? Nee. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann man nicht erreichen, weil dann hätte der vorher keine 1 von 10 gehabt. Also, das ist, äh, vielleicht ein, der durch eine Szene von einer 7 von 10 zu einer 10 von 10 geworden ist. Oder ein Manga, der gefühlt eine 1 von 10 war, dann eine 10 von 10 Szene bekommt und dadurch auf Average auf 7 kommt oder so? Oder 6? Das, das kann sein, ja. Äh. Aber dazu würde mir auch nichts sagen. Ich würde sagen, Pandora Hearts zum Beispiel. Pandora Hearts ist ein Manga. Oh, bitte fürs Aus. Den ich die ganze Zeit, den ich die ganze Zeit wirklich nicht gut fand. Also, das hat mir ganz Spaß gemacht. Den redest du mittlerweile aber jede Folge, ne? Ja, ja, aber den fand ich nicht gut. Der hat mir keinen Spaß gemacht. Aber die Endszene, also das allerletzte Panel, jeder, der es gelesen hat, weiß, so die Auflösung, der hat dafür gesorgt, dass ich dem Werk trotzdem gnädigerweise eine 5 von 10 gegeben habe. Weil ich die wirklich gut und emotional und schön fand. Okay. Dann muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm. Oh, wir haben ein neues Rätsel, oder? Ähm. Can you spot the fake? Sollen wir das machen? Ich glaube auch. Und wir haben auch noch so ein ... Was ist das? Wir haben auch beispielsweise hier die Frage ... Ein Battleschonen-Turnier. Könnt ihr mal eine Podcast-Folge live streamen, damit ihr während der Folge mit der Community interagieren könnt? Das fände ich tatsächlich ziemlich cool. Das können wir sehr gerne mal machen. Sehr gerne. Das fände ich ... Das könnte vielleicht ein Special-Projekt sein, ja. Ja. Können wir in Angriff nehmen? Ja. Warum nicht? Lazar auf TikTok, oh, nicht auf Twitch. Reicht, wenn du es dann machst. Kann ich es nicht auf YouTube machen? Man, Lazar, niemand will auf YouTube streamen. Was ist denn los mit dir? Ja, dann halt auf TikTok, meine Fresse. Meine Güte. Kommt er mir mit, kann ich es nicht auf YouTube machen? Soll ich jetzt Can you spot the fake machen oder nicht? Ja. Ja, ja, mach. Let's go. Also. Ähm. Das System kennen wir schon aus den vorigen Folgen. Wer es die Folgen nicht geschaut hat, Pech gehabt. Also. Danke an den User, der sich immer diese Mühe gibt. Gäh? Voll cool. An Aya Kavi. Ah. Dankeschön. Ich hätte es gerade vorgelesen, aber ist okay. Ähm, gut. A. Ein Isekai, in dem der Main-Charakter beim Erkunden eines Dungeons dringend aufs Klo muss. Die gefundene Toilette ist jedoch anscheinend nur für Götter bestimmt. Drachenschuppen als Klobrille, Slimes als feuchtes Klopapier, ein wahrer Scheißmanga, in Anführungszeichen. Okay. Das ist der Fake. B. Nachdem sie ihren Sohn durch Mobbing verliert, wird diese Mutter zur neuen Schulkrankenschwester. So bietet sie, wie eine Göttin, anderen Mobbing-Opfern einen heiligen, sicheren Ort, während sie, wie eine Göttin, die Mobbing-Opfer bestraft. Rache ist nicht genug. Boah, wenn es den gibt, will ich den lesen. Boah, der klingt wirklich krass. Ich glaube, den gibt's. Ich weiß nicht, welcher Manga das ist, aber ich glaube, mal davon gehört zu haben. Gut. C. Die Hauptcharakterin kann aus Sand verschiedenen Türen zu anderen Welten und Planeten erschaffen. So folgen wir ihr auf einer Reise, auf der sie viele außergewöhnliche Welten besichtigt. Eines Tages trifft sie jedoch auf einen leuchtenden Roboter, welcher nicht ihre Sprache spricht. Das ist C. Und D. Nach einer Explosion auf den Galapagos-Inseln, dem Labor der Evolution, ist diese Insel voll mit evolutionären Monstern. Der Hauptcharakter erweckt unbewusst eine Pflanze, welche auch ein Monster ist und eine weitere Explosion braucht, um sich noch weiterzuentwickeln. Das ist D. Und Ayakari war so smart und hat gesagt, ich löse es diesmal Dienstagabend auf. Dann hat er noch ungeschrieben, dann löse ich es Donnerstag 18 Uhr auf. Ja, weil ich ihm gesagt habe, Dienstagabend wäre dumm, weil wir dann wieder uns die Antwort spoilern. Achso. Ah, okay. Wieso kann er nicht einfach als Spoiler hinter diese Nachricht die Lösung schreiben? Und man kann dann raufklicken und dann ist da die Lösung. Ayakari, vielleicht kannst du das machen, weil dann kann man einfach auf eine Sache klicken und dann ist es draußen quasi. Nee, aber wir sollen ja in der nächsten Folge die Auflösung machen. Ja, ich finde es aber, da erinnert sich eh kein Schwanz da mehr dran. Deswegen wäre es besser, wenn wir es in einer Folge abarbeiten. Ich werde mich dran erinnern. Ja, aber von den Zuschauern wird keiner denken, oh ja stimmt, ich weiß noch, diese vier Auswahlmöglichkeiten von letzter Woche, ja auf jeden Fall, die habe ich noch im Kopf. Okay. Ja gut, dann haben wir Ayakari, The Weep, Bescheid gegeben. Was sagt ihr, ist der Fake? Entweder Isekai, Maincharakter, Scheißmanga, Mobbing-Opfer, eine Mutter bestraft die Mobber ihres Kindes, Hauptcharakter, kann aus Sand Türen zu verschiedenen Welten machen und Labor-Explosion, Galapagos-Inseln-Monster. Ich finde eigentlich das mit dem Sand so flat, ich sag, das ist der Fake. Ich finde D ist der Flat mit diesen Galapagos-Inseln. Auch flat, ja. Lassar, was sagst du? Ich schwanke zwischen C und D, also das mit dem Sand und das mit der Explosion auf der Insel. A, das mit dem Scheißmanga klingt wirklich wie so ein Manga, den es auf Deutsch gibt. Ich meine, es gibt ja auch Reincarnated as a Vending Machine, also wird es das vielleicht auch geben. Das, wie gesagt, mit dem Mobbing kommt mir bekannt vor und C und D ist für mich gleich plausibel oder unplausibel. Ich sag mal, ich sag mal C, das mit dem Sand und den Türen. Gültig. Zwei mal C, ein mal D, wir sehen dann nächste Woche, was es ist. Und danach gerne als Spoiler einfach kennzeichnen. Aber dankeschön fürs Vorbereiten, liebe. Vielen Dank. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann haben wir es diese Woche mal wieder. Aber dann haben wir keine Frage mehr. Ja, das sind noch so ein bisschen so ... Die Fragen waren diese Woche nicht so zahlreiche. Nee, es sind diese Woche nicht so viel ausgefallen. Wack, die waren ... Außerdem die Frage mit den Füßen, Kevin, hast du schon beantwortet, ganz leidenschaftlich. Also Kevin, du bist aber auch manchmal aktiv in den Fragen unter der Woche, ne? Ist so, frage mich auch, warum ... Du kennst ja schon alle dann. Im Chat schon. Ja, ja, weil ich wusste, da war halt ... Ich hab Ping auf Discord eingestellt, wenn jemand Füße schreibt. Auf jeden Fall ... Empfehlung der Woche. Empfehlung der Woche. Oh. Oh, ich empfehle was. Ja, ich hab was. Ui. Geil, Nick. Was empfiehlt Nick? Nee, erst mal ihr. Ich hab ja meins schon. Ach so. Äh, ja. Ich empfehle ... Die Absolute Watchmen Edition für alle Watchmen-Fans. Watchmen ist ein Comic, den jeder mal gelesen haben sollte. So ein bisschen die edgigere Justice League. Bitte steinigt mich nicht für diese Aussage. In dieser absoluten Edition, für, ich glaub, 80 Euro, kriegt ihr den Comic. In riesig. Also, das ist alles ... Es ist riesig. Es ist so groß. Long Wolf and Cup, guck das Ding an. Das ist ein bisschen ... Long Wolf and Cup bin ich. Und das ist Kroko. Alter, Rohrschach ist der geilste Charakter, Alter. Das empfehle ich für alle Fans. Und wenn nicht, lese einfach normales Watchmen. Ich empfehle Watchmen. Gute Empfehlung. Okay. Ich empfehle als Einleitung in die New-Gen-Folge, weil ich Band 8 gestern gekauft hab und ich den Manga mag ... Dan-da-dan. Dan-da-dan. Lest den, der neue Band kam raus. Er ist cool. Sehr cool. Und wenn ihr seine Filme noch nicht geschaut habt, dann schaut euch unbedingt Prisoners an, Southpaw, The Guilty, End of Watch. Und ich kann euch vor allen Dingen The Guilty empfehlen. Die gibt's auf Netflix. Den hab ich heute Morgen geguckt. Und ja, für die Schmausigen unter euch auch gerne Brokeback Mountain natürlich. Ist auch ein Klassiker. Aber ja, Jake Gyllenhaal. Sehr geiler Schauspieler. Irgendwas wollte ich noch sagen. Weil du irgendwas ... Warte mal. Empfehlungen. Bla. Wir haben alle unterschiedliche Empfehlungen. Ich empfehle Jake ... Ich hab's vergessen. Ah, nee! Doch! Wir wollen eigentlich nächste Woche die New-Gen-Folge machen. Deswegen schreibt uns mal in die Kommentare unbedingt einen New-Gen, den wir abgecheckt haben müssen. Also der läuft jetzt gerade in der Schonen-Jump oder in irgendeinem Magazin aktuell läuft. Ja. Nicht so was Anime-Season jetzt gerade aktuell läuft. Einfach neu. Neu, was gerade läuft. Äh, Manga. Und ... Woher meint der ist ein Hidden Gem? Weil wir die nächste Folge ... Geheim im Manga. Wenn die released, da sind wir gerade nicht da. Deswegen hier nochmal ein Aufruf. Wir sind, wenn ihr das hier hört, sind wir nächste Woche auf der Leipziger Buchmesse. Uff. Freitag und Samstag. Stimmt. Ja. Ähm, und am Freitag sind wir wahrscheinlich so 80% der Zeit am Karlsson-Stand. Äh, wir spielen da ein bisschen Basketball. Ähm, wir labern mit euch. Ich glaube, das ist nicht am Stand, sondern in einer extra Turnhalle. Ist das auch eine andere Location? Ich weiß das gar nicht, weil das ist da ... Keine Ahnung. Ach, wirklich? Ja, ja, da steht eine extra neue Adresse dabei in dieser Mail. Wir sind da irgendwo. Genau. Wir werden die anderen abziehen. Yes. Okay. Dankeschön fürs Zuhören. Safe. Vielen, vielen Dank für über eine Million Interaktionen diesen Monat. Oh ja, vielen Dank. Dankeschön, dass ihr den Podcast feiert, bewertet und so weiter. Liebe geht raus, wir sehen uns nächste Woche. Haut rein.